Herzlich Willkommen zurück. Wir haben heute mal ein anderes Thema und zwar geht es heute um Produkttests und Produkttester werden. Das ist ja für viele ein spannendes Thema. Für uns auf jeden Fall auch. Es ist ziemlich nah an den Reseller-Gedöns. Das sind ja Dinge, die vielleicht nicht so gut vermarktet wurden. Oder die jetzt neu reinkommen, die man noch vermarkten möchte. Auf jeden Fall gibt es ja da ganz viele spannende Bereiche und wir wollten euch mal so ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben, wie man an das Ganze herankommt, was man beachten muss und so weiter. Und am Ende werden wir euch auch ein paar Seiten verraten, wo man sich bewerben kann, auch als Privatperson oder mit einem kleinen YouTube-Kanal wie unserem, wo man dann auch mal die Chance hat, Produkte zu testen. So, ich fange jetzt erstmal an, würde ich sagen, mit dem ersten Punkt, warum? Was ist deine Intention? Warum möchtest du das überhaupt machen? Möchtest du damit Geld verdienen? Möchtest du damit einfach nur neue Produkte kostenlos erhalten, wo es egal ist, was es auch ist? Was muss man jetzt austesten, weil vielleicht irgendwas kurz vor der Markteinführung ist? Ja, oder in manchen Branchen irgendwie immer up-to-date sein, so wie ich zum Beispiel im Beauty-Bereich. Genau, ich habe da so mehr vielleicht Richtung Food-Bereich. Genau, also das sollte dir vielleicht vorher so ein bisschen bewusst sein, je nachdem, welche Richtung du dann da einschlagen möchtest. Dann wäre das Zweite auch, was gleich so ein bisschen da ranknüpft, das was? Was möchtest du denn testen? Also in welchem Bereich? Da sind wir schon wieder bei den Bereichen. Was interessiert dich denn überhaupt? Genau, es ist natürlich breit gefächert. Das fängt an, so wie Chrissy eben gesagt hat, mit Beauty zum Beispiel oder im Food-Bereich, Technik-Bereich, ja Reisen. Also im Endeffekt gibt es alles Mögliche. Und ja, da sollte man sich schon Gedanken machen, weil es bringt natürlich nichts, wenn ich mich zum Beispiel auf irgendwelche Schminkpaletten bewerben würde. Obwohl Chrissy würde sich freuen, mit denen man testen könnte. Aber es würde mir persönlich jetzt nicht so viel bringen. Dann sollte dir auch vorher vielleicht im Klaren sein, je nachdem, welche Plattform du wählst, wie aufwendig ist das? Ich finde, das zu unterschätzen viele, so ein Produkttest kann schon sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Es gibt Produkte, die bedarfen einen langfristigen Test, die hast du jetzt nicht irgendwie in fünf Minuten und ausprobiert. Es gibt Produkttests, da schreibst du irgendwie nur drei Sätze zu. Da gibt es fünf Sterne, so gerade Klassiker bei dm oder so. Aber es gibt auch deutlich aufwendigere. Also da solltest du dir auch überlegen, habe ich überhaupt so viel Zeit für die Produkttests? Bei den meisten wird es auch direkt abgefragt. Genau, also zum Beispiel ein kleines Beispiel, das kann ich euch auch noch mal verlinken sonst. Wir hatten Tomaten zum Testen. Da war es dann zum Beispiel okay, ein Reel mitzudrehen bei Instagram. Das war okay, weil wir konnten das gleich zum Armbrot nutzen. Habe ich Armbrot draus gemacht. Alles super. Und dann machst du Videos dazu, schneid es zusammen. Es war zeitlich überschaubar. Danach kam dann noch so ein Fragebogen, den man auf der Seite beantworten musste. Das war dann ein bisschen längerwierig, aber es ist überschaubar. Ricky, wenn du kopfst, ist gar nichts überschaubar. Aber es ist schon überschaubar. Ich habe hingegen auch schon Produkte getestet, die man so drei Wochen anwenden muss oder so. Okay, das ist glaube ich, das sind finde ich erst mal so die Dinge, die man vorher irgendwie wissen sollte oder sich irgendwie im Hinterkopf behalten sollte, bevor man eine Plattform auswählt. Wir haben jetzt mal so ein paar Plattformen aufgelistet, die glaube ich sehr bekannt sind. Willst du eine die erste vorstellen? Genau, U of the Day. Da gab es zum Beispiel die Tomaten her. Die haben ganz verschiedene Sachen. Also da gab es auch schon Kosmetik-Sachen. Habe ich mich auch drauf geworfen. Genau, wie gesagt, jetzt einmal gab es Tomaten. Ich weiß gar nicht, was die noch ist. Auch mal Technikartikel. Also da ist es wirklich kreuz und quer gemischt. Also branchenübergreifend. Genau. Dann gibt es zum Beispiel den Nestle Marktplatz. Ich glaube, den kennen sehr, sehr viele. Da wird natürlich nur eine Marke, die natürlich verschiedene Produkte anbietet. Natürlich hauptsächlich im Food- und im Tierbereich zur Verfügung gestellt zum Testen. Das ist auch eine Plattform, wo ich finde, dass man da relativ gute Chancen hat, Produkte zu bekommen. Das wäre so für hungrige Mäuler ganz interessant, würde ich sagen. Genau, denn See Insiders, da ist auch viele verschiedene Bereiche. Da ist aber mehr so das System, dass man einen Teil des Kaufpreises zurückerstattet bekommt. Und das muss man natürlich immer wissen. Okay, ist man dazu bereit, halt was zu investieren? Weil es ist nicht komplett gratis, aber man kriegt das halt zu einem deutlich besseren Kurs. Und man muss da aber auch schnell sein. Also ich hatte die Möglichkeit, einen Staubsauger zu testen, hatte mir das einfach überlegt und da waren alle Plätze schon weg. Ja, dann gibt es TRND. Ich glaube, das ist eine aktuell sehr, sehr bekannte Test-Plattform. Da geht es hauptsächlich um Beauty-Produkte, um Lotions, um Make-up, um Cremes, um Wimperndusche und Seren und weißer Kuckuck, was nicht alles. Mit den ganz bekannten Marken. Da kann man auch, finde ich, sehr viel Glück haben. Die ranken ein, aber dann auch zum Beispiel in der Aktivität. Da ist es dann auch immer von Vorteil, wenn man schon irgendwie so einen Block oder irgendetwas anderes hat. Und sehr, sehr aktiv zu sein. Umso mehr Bewertungen man schreibt, umso mehr Chancen hast du auch auf den nächsten Produkttest. Also da wird es wirklich nach getaner Arbeit auch bewingertet, würde ich sagen. Ist ja auch nicht verkehrt. Ja, dann Milka hat jetzt auch eine Produkttestzeit. Ich weiß nicht, ob die schon länger da ist. Auf jeden Fall bin ich erst vor kurzem drauf gestoßen. Und ja, da habe ich mich beworben. Da kam jetzt eine Tafel Schokolade. Auch was Feines. Das ist aber auch vom Aufwand relativ überschaubar, aber ist dieses klassische Geld zurück. Also ich muss die kaufen, reicht den Kassenbon oder lad den Kassenbon hoch und kriege dann das Geld innerhalb von sechs bis acht Wochen wieder zurück und gebe dann meine Bewertung auf deren Plattform ab. Ist ja auch wieder ein etwas längerfristiger Prozess, bis wir abgeschlossen ist, meiner Meinung nach. Ich bin ja jemand, ich mag das nicht so gerne, da in Vorkasse zu gehen. Manchmal kann ich gar nicht nachvollziehen, was das jetzt für Geld ist, was auf dem Konto ankommt, weil es ja nicht von der Marke selbst kommt, sondern von irgendwo und man muss es erstmal zuordnen. Dann gibt es noch so gewisse Marken, die es direkt auf ihrer Website anbieten, wie Garnier, wie Nivea. Alle solche Marken oder auf jeden Fall im Beauty-Bereich haben direkt auf ihrer Website die Möglichkeit Botschafter, wie nennt man das, Mitgliedschaften einzugehen. Und da kann man dann hin und wieder Produkttests mitmachen. Genau. Und ansonsten einfacher Tipp bei Google eingeben, Produkttests und dann einfach mal ein bisschen suchen. Man braucht auf jeden Fall schon Geduld. Dann gibt es noch weitere Produkttester-Plattformen, wie zum Beispiel Konsumgöttinnen. Da habe ich mich, glaube ich, vor zehn Jahren oder so mal angemeldet. Da ist es auch tatsächlich nach zum Ranking-System und meiner Meinung nach sehr, sehr schwer an Produkttests zu kommen. Man muss erst x Millionen, tausende Umfragen ausfüllen, wofür man denn Punkte kriegt. Für die Punkte kann man sich dann am Ende des Jahres was aussuchen. Ist aber finde ich auch jetzt nicht so, dass man so ultra viele Punkte kriegt. Also da am Produkttest zu bekommen ist schon meiner Meinung nach ein Beispiel zu Plattformen, wo man auch Geld dafür bekommt und nicht unbedingt irgendwie Influencer oder sonst was sein muss, wäre Influi. Das ist eine App. Da kann man beispielsweise auch sich auf verschiedene Kampagnen bewerben. Da macht man dann Produktvideos für Unternehmen, bekommt dafür Geld oder ein Free-Product, wie man es möchte. Aber so ein Video zu drehen sollte man halt auch nicht unterschätzen. Gerade wenn man dann halt so ein Leitfaden bekommt, was man dann halt auch im Video beachten muss. Dann gibt es noch so Dinge wie Apps, wie App-Jobber zum Beispiel. Da hat man auch so kleine Aufgaben am Tag, die man erfüllen kann. Fotografiere hier das Straßenschild, geh in den Supermarkt und fotografiere die Regallücke, wo man dann auch wieder mit einem Punktesystem auch an Geld kommen kann. Ist natürlich auch zeitlich sehr aufwendig. Wenn man halt sonst keine Hobbys hat, kann man das natürlich gut machen. Wenn man nicht weiß, was man machen soll, fährt man halt da hin. Aber es ist sehr, sehr zeitintensiv, meiner Meinung nach. Das wären jetzt mal so ein paar Beispiele, meiner Meinung nach, die glaube ich auch ausreichen, wenn man da irgendwie einsteigen möchte. Ja, und jetzt ist ja die Frage, wie? Wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet. Also man muss sich natürlich auf jeden Produkttest explizit bewerben. Es sei denn, man ist irgendwie Influencer und kriegt es halt als PR-Sample zugeschickt und dann heißt es teste mal. Aber sonst muss man schon sich immer dafür bewerben und auch ja quasi den Vertrag eingehen, dass man in dem Testzeitraum auch Zeit dafür hat. Und ja, da muss man dann halt ja, also auf die Masse gehen wirklich, wenn man da irgendwas machen möchte und sich halt bewerben und sich aber immer auch die Gedanken machen, dass wenn man dann angenommen wird, wirklich die Zeit hat. Und wenn man dann vielleicht mal Glück hat und zwei, drei gleichzeitig sind, sollte man das auch machen. Weil ich glaube, sonst fällt man da ganz schnell wieder raus aus dem System. Genau. Das ist bei den meisten halt so, also wenn man das einmal irgendwie, ich weiß auch mal, nicht ordentlich macht, zu spät macht oder gar nicht macht, dann ist man halt, glaube ich, auch komplett raus. Genau. Gut. Ja, so viel zu unseren Tipps und Tricks zum Thema Produkttest. Wir haben jetzt auch noch was ganz cooles am Start. Das werdet ihr in einem der nächsten Videos sehen, weil da warten wir noch auf die Lieferung. Ihr könnt ja gerne auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr von uns noch mehr Produkttests sehen wollt oder nicht. Also ob euch das Thema generell interessiert oder nicht und ob ihr selbst vielleicht auch schon Produkttester seid. Genau. In diesem Sinne sind wir auch schon durch. Ich hoffe, euch hat es was gebracht und viel Spaß beim Testen. Bis zum nächsten Mal. Tschau.